Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile des Modelles Flexa von Bali. Zum Ersten, Flexa ist eines der bestgängigsten und meistverkauftesten, etabliertesten Bettsofas auf dem deutschen Markt. Gibt es schon viele Jahre, wurde immer weiter ergänzt. Es gibt verschiedene Breiten von 120 bis 180, glaube ich, und es gibt vielleicht sogar den Bettsessel, verschiedene Armlehnen, verschiedene Matratzentypen, natürlich sehr viele verschiedene Bezüge und hier jetzt auch eine Version mit Holzschatose und Holzkufe in Eiche. Also es wurde immer mehr aufgewertet. Flexa von Bali ist ein Frontlader, das heißt, Sie ziehen an der Front die Bettklappe raus und machen das hoch. Vorteil, Sie können auch nur so ausziehen und haben dann eine Launchingfläche so zum Lümmeln am Abend zu zweit. Weiterer Vorteil, einfache Technik, Liegehöhe gleich Sitzhöhe, Sie ziehen hier, ich mache mal die Kissen weg, Sie ziehen hier einfach, normalerweise, am leichtesten geht es, wenn die Klappe drin ist und dann ziehe ich es weiter aus, mache die Klappe hoch und klappe den Rücken um. Liegefläche, zwei Meter Länge, breite je nach Modell, Matratze in der Mittelzone und das ist die wichtige Zone, hier Kaltschaum, hier auf dem Kopf und beim Fuß sind ja kaum Belastungen drauf, beim Bein. Hier unter dem verstellbaren Kopfsteil ist noch ein kleiner Bettkasten, allerdings ist der relativ klein und das hat nicht unbedingt für eine komplette Bettrußrüstung geknüpft. Technik funktioniert einfach, solides Gestell, wie man es von Bali kennt, gute Qualität. Nachteil, habe ich es jetzt richtig gemacht, denke ja, Nachteil, Preis, steht zwar im Wettbewerb, aber unter 1000 Euro kriegen Sie kaum eins. Zweiter Nachteil, blockig, hier geht es weiter runter, wie ein normaler Sofa, aber irgendwo muss ja die Technik hin. Und dritter Nachteil, Leder ist nicht so ideal geeignet, weil auf Leder sollte man eigentlich nicht schlafen, wegen der Luftzirkulation. Aber sonst kann ich Ihnen Bali Flexa nur empfehlen. Jetzt noch ein bisschen Advertising für meine Firma hier, profischnapp.de, Ihr Online-Outlet im Internet oder hier in Imfingen, hat gerade dieses Stück Flexa, ein Stoffblau, ein Messestück, weitaus günstiger im Januar 2020. Profischnapp.de, über 700 Marken, Schnäppchen, immer online, up to date, daily. Okay, Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss.